Okay, willkommen zurück. Wir sitzen heute in den Studios von DoMotion. Ich bin der Niko und ich sitze hier mit dem Luca. Hallo Luca. Danke Niko. Hallo auch an dich. Servus. Was wir heute machen ist unsere erste Extra-Folge. Das ist ein bisschen das experimentelle Element quasi, wo wir auch versuchen ein bisschen Housekeeping zu machen, ein bisschen zu erklären, wer wir eigentlich sind, warum wir das machen, was wir machen. Und der Luca hat sich bei mir gemeldet. Ich habe einen Vortrag gemacht auf der Fachhochschule, wo du studierst immer noch, oder? Du hast nicht abgeschlossen in der Zwischenzeit. Leider noch nicht, aber hoffentlich bald. Das kann ja noch werden. Und der Luca hat sich Gott sei Dank gemeldet und gesagt, er würde gerne mitmachen. Da haben wir gesagt, okay, wunderbar. Und trägt jetzt den offiziell-inoffiziellen Titel des Community Managers. Ja, wie heute festgelegt. Wie vor drei Minuten festgelegt, um eben einfach den Kontakt quasi zur Community zu halten, zu den Hörerinnen und Hörern zu halten, dass wir wissen, was sind die Fragen, was sind die Anliegen. Und auch um mich, wie man so schön auf Deutsch sagt, honest zu halten, damit ich nicht völlig abtriffe in irgendwie eine völlig verrückte Subrichtung, die kein Mensch interessiert. Ins Rabbit Hole. Genau, genau. Also im Rabbit Hole schon, aber halt einigermaßen konsistent von der Richtung. Wie weit bist du im Rabbit Hole? Ich bin erst am Anfang vom Rabbit Hole. Also wie wir uns getroffen haben, hast du mir gesagt, ich soll mich noch nicht so reiht reinwagen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich bin sehr am Anfang, würde ich sagen. Also ich bin, kenne mich natürlich ein bisschen aus mit Bitcoin. Ich habe das erste Mal davon erfahren, schon lange her und habe mich aber nicht weiter informiert, wie glaube ich viele andere, die das halt so am Rande mitbekommen und dann eben das ein bisschen verpasst haben. Aber genau, ich bin jetzt hier der Community Manager und versuche so die Brücke zu schlagen, quasi dem das wiederzugeben, was die Hörer vielleicht auch, die eben nicht so sich auskennen, dass ich dir dann diese Fragen stelle. Genau, so machen wir das. Du hast schon ein paar Fragen mitgebracht für heute. Heute ist die Idee einfach nur, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin, was will dieses, was Bitcoin bringt eigentlich. Genau. Bei uns geht es ja um Bitcoin. Und da ist vielleicht die Frage, es gibt ja mittlerweile sehr viele Kryptowährungen. Warum fokussieren wir uns genau nur auf Bitcoin? Es gibt mehrere Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass ich und auch die meisten anderen, die jetzt beteiligt sind, gar nicht die Zeit haben, sich mit 15.000 Kryptowährungen auf dem Level zu beschäftigen, das ich gerne hätte. Also wenn mich jemand fragt, was meine Meinung zu dem und dem Thema ist, dann möchte ich zumindest entweder sofort das sagen können oder nach einer kurzen Recherche mir das anschauen können. Und Bitcoin selber ist so ein tiefgehendes Thema, wie du es gerade gesagt hast, ja Rabbit Hole. Wenn du dann, wenn du statt in dem Bitcoin Rabbit Hole nach unten zu gehen, in die anderen sogenannten Kryptowährungen gehst, dann läufst du Gefahr, dich ablenken zu lassen. Also ich habe das selber auch erlebt, dass als Pressejournalist im Jahr 2017, 2018, als eben diese ICO-Bubble war, als dieser ganze Hype war rund um die vielen Tokens, die da auf Ethereum gelauncht sind, da konntest du jede Woche eine andere Geschichte erzählen und bist immer auf der Oberfläche geblieben. Ja, hier machen wir mal was mit Blockchain und da machen wir was mit Logistik und da gab es sogar eine Coin nur für Zahnärzte. Und das ist das eine und das zweite ist, dass einfach auch in diesem Kryptowährung-Space einfach wahnsinnig viel Schindluder getrieben wird. Das ist halt, da sind Scammer unterwegs, da sind Betrüger unterwegs, die wollen dir das Geld aus der Tasche ziehen. Das heißt nicht, dass alle so sind, aber ich möchte nicht über das reden, sondern ich möchte über die Innovation reden, die Bitcoin bringt und was das für uns bringt, was das für die Welt bringt, für die Staaten, für die Firmen und so weiter. Und es gibt andere Leute, die sich bei anderen Coins besser auskennen und die sollen über die anderen Coins reden. Das ist mir einfach wichtig, das klar festzulegen. Das heißt aber nicht, dass man nicht über andere Themen reden kann. Das heißt aber nicht, dass wenn sich am Aktienmarkt was tut, wenn sich mit den Notenbanken was tut, wenn die Geldpolitik, die Politik generell, das gehört alles dazu. Und ja, wenn Ethereum jetzt mal als Staatswährung anerkannt wird irgendwo, dann werden wir auch darüber reden. Aber grundsätzlich ist es eine Bitcoin-Show. Genau. Vielleicht ein schwieriges Unterfangen, aber meine Frage, kannst du, glaubst du für unsere Hörerinnen und Hörer, Bitcoin in einem Satz oder in einem Wort vielleicht sogar nur beschreiben? Bitcoin ist das Geld des Internets. Bitcoin ist der Teil des Internets, der noch gefehlt hat. Wir haben Kommunikation, wir haben andere Dinge über das Internet aufgebaut. Aber der Werttransfer und die Wertspeicherung, die wir heute noch machen, ist immer noch eine Sache, die anhand von nationalen und kontinentalen Grenzen abläuft. Und dieses ganze internationale Finanzsystem, wie das Wort international schon sagt, wir haben das ganz tief in uns drinnen. Es gibt irgendwie 180 bis 200 Staaten und jeder hat seine eigene Währung und sein eigenes System. Und ja, das ist jetzt verallgemein gesagt, natürlich in Europa hat sich das ein bisschen verbessert, aber auch nicht wirklich so viel, wie man gerne hätte. Und das passt einfach nicht zur digitalen Welt. Es passt einfach nicht, dass es braucht vier, fünf Tage, dass eine Auslandsüberweisung ankommt und es kostet ihm wie ein Vermögen. Das ist einfach absurd. Wenn ich jetzt in der Lage bin, ein Foto oder eine Nachricht von hier nach Madagaskar zu schicken innerhalb von Sekunden und mit denen auch Video chatten kann, aber dann kann ich ihnen nicht Geld drüber schicken, wenn ich möchte, das macht keinen Sinn. Und man kann auch, wenn man will, die digitale Welt ein bisschen wie einen eigenen Staat eigentlich auch betrachten oder wie wirklich eine neue Welt. Es ist ein bisschen wirklich so wie der wilde Westen. Es wird etwas Neues entdeckt. Und wenn wir jetzt reden über das Metaverse und diese ganzen Geschichten, dann ist das genau das. Nur so wie wir darüber reden, ist es meistens das, was sich einzelne Unternehmen darunter vorstellen. Also jetzt konkret Facebook. Aber natürlich ist die Welt etwas anderes. Und bei Bitcoin beruft sich ja eigentlich auch wieder auf diesen Urgedanken des Internets, wo jeder machen konnte, wo jeder reingegangen ist, wo es alles dezentral war und nicht so konzentriert auf einige mächtige Player, wie wir es heute haben. Also das ist Bitcoin in einem, nicht in einem Satz, aber in ein paar Sätzen von der Technologie her. Aber es bedeutet auch andere Dinge in der Praxis. In der Praxis, in der Geldpolitik, in der Praxis, in der Geldanlage. Es ist einfach eine Alternative zu vorhandenen Sparformen eigentlich. Es ist die Möglichkeit, einfach dein Geld in einer anderen Währung anzulegen. Dann vielleicht eine ganz banale Frage, aber vielleicht gar nicht so uninteressant für die Leute, die jetzt noch nicht viele Berührungspunkte damit haben. Wenn ich jetzt Bitcoin habe, kann ich das schon verwenden? Das ist Bitcoin? Ja. Ja, klar. Wie würde ich dann, was könnte ich mit dem Bitcoin alles machen? Kann ich einfach alles Mögliche damit kaufen? Kann ich, oder ist es mittlerweile eher eine Wertanlage? Genau, also in den meisten Fällen wirst du heute, vor allem wenn du in Westeuropa, Nordamerika, also in den reichen Ländern der Welt oder unter Anführungszeichen reichen Ländern der Welt lebst, wirst du in erster Linie das Ganze zur Spekulation und zu Wertanlage kaufen. Spekulation ist ein negativ besetzter Begriff, aber natürlich ist es eine Spekulation. Bitcoin gibt es seit 13 Jahren. Du spekulierst darauf, dass es weitere 13 Jahre gibt und dass es in dieser Zeit weiter im Preis steigt. Das ist im Kern die Idee dahinter. Und was bedeutet das? Naja, ich gehe davon aus, dass ich mein Geld dort besser parke als anderswo. Es gibt bei der Geldanlage immer Opportunitätskosten. Also jeder Euro, den ich in eine Richtung gebe, kann ich nicht in die andere Richtung geben. Und das ist eigentlich auch die entscheidende Rolle, für die Bitcoin konzipiert wurde, zumindest jetzt am Anfang. Weil warum bleibst du jetzt auf dieser Wertanlage? Weil die zweite Rolle, die als Geld, die als Währung, die als wirklich Tauschinstrument, die kann es heute schon erfüllen. Technisch gesehen braucht es noch Entwicklung natürlich, damit das wirklich global funktioniert. Aber es kann es heute schon sehr gut erfüllen. Aber in der Praxis wird selten dafür eingesetzt, weil wir jetzt in einer Phase sind der Monetisierung. Das ist etwas, das ist, muss man mal vorsichtig sein an den Finanzmärkten, aber da haben sich schlauere Leute als ich darüber Gedanken gemacht und festgestellt, also so etwas hat die Welt auch noch nie gesehen, weil wir haben noch nie gesehen, wie ein neues Asset, man kann es auch einen digitalen Rohstoff nennen, in Echtzeit monetisiert wird und als Geld eingesetzt wird. Und das bedeutet auch, dass solange der Netzwerkeffekt, also solange das Netzwerk wächst, hast du einfach eine überproportionalere Wertsteigerung. Und das ist das, was wir die letzten 13 Jahre so brutal gesehen haben, da reden wir von zehntausenden Prozent. Und es wird eh langsamer und weniger, weil schon mehr drinnen ist und weil es andere Produkte gibt, es gibt Fonds und es gibt Futures und Optionen und diese ganzen Finanzprodukte, die quasi den Markt stabilisieren. Aber weil du eben davon ausgehst, dass Bitcoin, oder wenn du davon ausgehst, dass Bitcoin wirklich die Möglichkeit hat, sagen wir mal konservativ gesehen, eine Währung des Internets zu werden, des Internetzeitalters zu werden, ja dann macht es eher Sinn, du sitzt auf dem und wartest, dass es im Wert steigt und gibst es erst aus, wenn es ein bisschen mehr wert ist. Das ist die Idee. Kann ich jetzt auch mit ein paar hundert Euro investieren in Bitcoin? Macht das Sinn? Also ganz grundsätzlich, und das ist auch etwas, was wir noch vorhin und nachher so weiter dazu sagen können, machen wir hier natürlich Not Financial Advice, das ist alles Information und Unterhaltung und man sollte auch einen professionellen Investment Advisor sozusagen beiseite ziehen und seinen Bankberater fragen oder sonst was. Kann ich? Macht das Sinn? Ja, absolut. Also ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Untereinheiten und das sind die sogenannten Satoshis, benannt nach dem berühmten Erfinder Satoshi Nakamoto, von dem man ja nicht weiß, wer er ist oder wer sie ist oder wer sie waren. Und ich kann heute relativ einfach und auch zu relativ geringen Kosten auch kleinere Teile kaufen, ja, 10 Euro, 20 Euro, 30, 100, was auch immer. Und natürlich, das ist aber wie bei all diesen Dingen so, je geringer, je weiter ich runtergehe, desto höher werden die prozentuellen Kosten, das ist okay, ja. Aber es gibt halt viele Menschen, die machen das inzwischen auch über so Sparpläne, auch deswegen, weil es eben so rauf und runter geht, dass du einfach einen Durchschnittspreis generierst und dann nicht den Kopf zerbrichst, wenn du in einem Moment dein ganzes Geld reingesteckt hast. Oder was du ja nicht solltest, aber das machen auch Leute, so ist es ja nicht, dass sie es nicht machen. Ja, also man kann kleinere Beträge kaufen und es ist auch nicht so, und das ist vielleicht auch eine meiner persönlichen wichtigsten Botschaften, ja. Es geht wirklich nicht darum, reich zu werden. Es geht nicht darum, Lambos zu kaufen oder extravaganten Lifestyle zu führen. Im Gegenteil, die Hörerinnen und Hörer, die länger dabei bleiben werden und die andere Podcasts und Videos kennen oder selber schon länger Bitcoiner sind, werden wissen, dass Bitcoin tatsächlich einfach auch dein Verhalten stark ändert und du viel stärker reflektierst über die Konsumwelt, in der wir leben und über den Luxus und ob du ihn brauchst oder nicht, schlicht dann einfach deswegen wegen den vorher angesprochenen Opportunitätskosten. Wenn du glaubst, dass Bitcoin weiter steigt, dann wirst du darüber nachdenken, ob du jetzt, selbst wenn du schon viel Geld damit verdienst, ob du wirklich jetzt ein Auto davon kaufst, weil ein Auto wird garantiert im Wert fallen. Bitcoin kann schon sein, das ist im Wert fallen. Auto wird garantiert im Wert fallen. Außer du kaufst einen alten Porsche, ja, aber das kommt dann in unserem Sub-anderen Podcast über alte Porsches. Was mache ich mit den Bitcoin-Millionen? Genau, aber das nennt sich die Senkung der Zeitpräferenz, also das ist so ein ökonomischer Begriff. Und wir leben in Zeiten von einer sehr hohen Zeitpräferenz, wir leben in Zeiten, in denen die Menschen das Geld sehr schnell ausgeben, weil es eh nichts wert ist und weil es auch nicht wirklich Möglichkeiten gibt, das langfristig zu speichern, außer du kennst dich ein bisschen aus mit Aktien etc. Und Bitcoin senkt das wieder in eine Richtung, die wir vielleicht das letzte Mal gesehen haben, so im 19. Jahrhundert eigentlich. Du hast gerade angesprochen, dass es ja ein gewisses Mysterium ist, wer für Bitcoin verantwortlich ist. Aber die Frage trotzdem, was war die Idee hinter Bitcoin? Warum wurde das überhaupt ins Leben gerufen? Die Idee ist zweierlei. Das eine ist die philosophisch-technische Lösung und das andere ist die ökonomische. Die philosophisch-technische geht zurück bis in die 70er Jahre, die Bewegung der sogenannten Cypherpunks. Das ist eine Kombination der Worte Cypher, was für Encryption, Verschlüsselung steht und Punks. Das brauche ich nicht zu erklären, hoffentlich. Da geht es um Widerstand quasi gegen die Staatsgewalt. Und die Cypherpunks waren Menschen, die schon sehr früh erkannt haben, dass der Computer sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden kann, aus der Perspektive der Freiheit der Menschen. Und die konnten hochrechnen damals schon, dass es so etwas geben wird, dass die Computer immer schneller werden. Das war klar. Und dass wir irgendwann einmal in eine Situation kommen werden, in der Computer auch eingesetzt werden können, um eben die Privatsphäre stark einzuschränken, auch zur Überwachung. Was ist ja nichts Neues. Wenn man nach China schaut, dort werden die Menschen auf Schritt und Tritt elektronisch überwacht. Und es gibt auch bei uns genug, die das gerne hätten. Und das wird natürlich zum Teil auch gemacht. Aber die haben das schon kommen sehen. Und Geld ist natürlich das perfekte Mittel, um diese Überwachung auch sicherzustellen, weil 50 Prozent jeder Transaktion findet durch Geld statt, nicht. Und wenn ich jetzt genau weiß, wofür du dein Geld ausgibst, dann habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie du deinen Tag verbringst. Deswegen sind Banken ja auch etwas fast schon Heiliges, wo man extrem darauf achtet, dass die auch wirklich auf die Privatsphäre achten. Das ist vielleicht eine der letzten Bastionen auch, wo wir auch persönlich darauf achten, weil wir ja mit unserer Privatsphäre eh sehr schlampig umgehen im Internet auch. Und davon profitieren dann große Unternehmen wieder. Aber die Cypherpunks haben eben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gehst zu den Politikern hin und bittest und bettelst, dass sie Gesetze erlassen, um sich selbst auch davor zu hindern, diese neuen Technologien zur Überwachung zu missbrauchen. Und die Cypherpunks haben gesagt, das ist aber sinnlos, weil es wird immer irgendjemanden geben, der sich nicht in die Regeln hält. Und die Anreize sind einfach da, das auch zu nutzen, siehe China, genau. Und deswegen gibt es die zweite Möglichkeit, du bastelst Tools, mit denen du dich dagegen verteidigen kannst. Es ist auch nichts Neues. Die Menschen haben in der Geschichte immer wieder Möglichkeiten gesucht, auch ohne die Augen der Obrigkeit oder der Kirche oder was auch immer, sich auszutauschen. Und da sind dann halt vielleicht verschwindende Tinten gewesen oder geheime Handschläge oder was auch immer. Oder Treffen halt im Keller. Und in der digitalen Welt ist Verschlüsselung dafür zentral. Und die haben einen Krieg für uns geführt, von dem wir eigentlich gar nichts wissen. In den 90er Jahren als Verschlüsselung etwas war, das aus der Perspektive der damaligen US-Regierung oder der Clinton-Regierung nur etwas ist, das eigentlich eingesetzt werden darf vom Militär. Und vom Staat. Und die haben damals tatsächlich versucht, also die Vorstöße dieser Cypher-Banks, die auch einen Code entwickelt haben, den wir bis heute verwenden, Pretty Good Privacy. Und die US-Regierung hat dazu versucht, das zu verhindern. Und gesagt, das ist jetzt alles Vaterlanzverräter, nur das Militär darf Verschlüsselungstechnologien einsetzen. Wo kämen wir da hin, wenn das jeder macht? Und die Cypher-Banks haben gesagt, fuck you. Wir drucken jetzt die notwendigen Code-Schnipsel, um das zu programmieren, drucken wir jetzt auf T-Shirts, wir drucken sie in Bücher, wir drucken sie auf Plakate, wir verbreiten das auf der ganzen Welt, damit ihr eben nicht uns das verbieten könnt. Weil wenn das draußen ist, diese Technologie, dann kann man sie auch verwenden und das können sie auch nicht verhindern. Genau dafür ist sie ja da. Und die Technologie war erschaffen auch von den Cypher-Banks, oder? Ja, genau. Wenn ich jetzt den Namen falsch sage, dann ist es peinlich, aber es war, glaube ich, Phil Zimmerman, der Pretty Good Privacy erfunden hat. Er ist auch ein großer Fan von Bitcoin heute. Der wurde auch verfolgt vom US-Justizministerium und von verschiedenen US-Einrichtungen, weil er eben da diese gefährliche Technologie entwickelt hat. Und das Ganze haben sie dann gewonnen, indem sie das wirklich in ein Buch gedruckt haben. Sie haben diese Pretty Good Privacy-Geschichte in ein Buch gedruckt, haben das Buch ans Justizministerium oder ans Verteidigungsministerium geschickt, glaube ich, ins Verteidigungsministerium, und haben gesagt, so, und was macht es jetzt? Und in der Annahme, dass die US-Demokratie und die Meinungsfreiheit dort stark genug ist, damit die dann sagen, naja, ein Buch können wir nicht verbieten. Und so war es auch. Und die US-Regierung hat dann auch die Vorwürfe zurückgezogen und diese Crypto-Wars, von denen wir noch nie was gehört haben, es gab damals ein Wired-Cover und es gab ja noch kein Internet und so, oder nicht wirklich, sind gewonnen worden. Aber das gibt uns bis heute eine Möglichkeit, auch bei WhatsApp und Signal und so weiter verschlüsselte Nachrichten zu verschicken. Das wäre sonst vielleicht nicht möglich gewesen. Und Bitcoin ist quasi das Geld-Äquivalent davon. Also es ist eine Möglichkeit, unter Wahrung deiner Privatsphäre Werte zu speichern, zu transportieren und gibt auch wirklich ganz neue Möglichkeiten, auch der Ökonomie, und das sind wir ganz am Anfang auch, dass die Ökonomen brauchen noch ein bisschen, um das Ganze auch in ihre Ideen einzubauen, wobei dazu komme ich gleich. Und Bitcoin ist eben dieses Geld unter Privatsphäre. Das haben eben diese Cypher-Banks auch oft versucht. Also auch deine Einstiegsfrage, warum nicht die anderen Kryptowährungen? Denn Bitcoin ist ja alt und Bitcoin ist das MySpace. Ja, ist Bullshit. Also es gab das MySpace schon. Das hat geheißen Cypher-Cash oder Cyber-Cash und dann gab es Bitgold und andere Vorprojekte, die gescheitert sind. Und Satoshi Nakamoto hat zwei Dinge getan, die entscheidend waren für den Erfolg von Bitcoin. Erstens die komplette Dezentralisierung, das heißt keine zentrale Stelle, wo der Staat hingehen kann und sagen kann, Jungs, so nicht. Auf die man sich verlassen muss. Und das Zweite ist eben die Kombination, und das ist eben die Ökonomie, mit der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie lustigerweise. Also man kann, ich sage immer, der Bitcoin ist ein Wiener, ist er auch so ein bisschen. Und ohne die Vorarbeit eben von österreichischen Ökonomen der Jahrhundertwende, Karl Menger, Ludwig von Mises, später Friedrich von Hayek, wäre das auch nicht möglich gewesen, weil die waren die Einzigen, die immer gesagt haben, dass Geld eben kein, es kann kein geschöpftes Staat sein, so wie wir das damit aufwachsen. So wie es ist noch bis jetzt. So wie es ist. So wie es in der Praxis ist, aber in der Theorie ist es eben nicht so. Und Bitcoin beweist das eben schön, dass es nicht so ist. Das war eben, da könnte man jetzt wirklich lange drüber reden, aber auch Zentralbanken, wie wir sie heute kennen, sind eine relativ moderne Erscheinung. Und die haben immer gesagt, das ist halt Unsinn, dem Staat da das Geldmonopol zu überlassen, aus verschiedenen Gründen, auch wegen der Verteilung, wegen der Infusion vor allem, weil das halt auch, so wie die Verschlüsselungstechnologie auch, oder die Technologie generell, es wird halt missbraucht. Wenn du jemandem die Möglichkeit gibst, Geld zu drucken, wird er das auch tun. Wenn du mir die Möglichkeit gibst, mache ich das auch. Und was bedeutet das? Das sehen wir dann an den Statistiken der Zusatzpensionen für Notenbanker, die endlos verdienen, während wir alle betteln müssen, beziehungsweise fürchten müssen, dass unsere Pensionen nicht sicher sind. Und wir sehen das daran, dass die Banken die größten Gebäude in jeder Stadt sind, weil die kommen zuerst an das Geld ran. Und so wird das halt schön umverteilt von unten nach oben. Die Masse muss immer länger arbeiten, immer mehr arbeiten und die Elite bekommt quasi gratis die Kohle und macht damit, was sie will. Das ist die Welt, in der wir heute leben und dagegen tritt Bitcoin an. Und deswegen ist es schon eine Art Graswurzelgeschichte, die wirklich versucht, die Welt ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Kommt aber, und damit komme ich auch zum Schluss meines Rants hier, zum genau richtigen Zeitpunkt, weil jetzt natürlich der Punkt kommt, wo dieser Versuch, Geld zur Kontrolle einzusetzen, wieder am Leben eingehaucht wird mit digitalen Zentralbankwährungen und anderen Ideen zur ökonomischen Überwachung, die einfach nicht gut sind und wo man einfach Mittel dagegen braucht und dafür haben wir Bitcoin. Du hast es schon angesprochen, dass die Banken ja zurzeit die Möglichkeit haben, einfach Geld zu drucken und dadurch sehr viele Probleme entstehen. Vielleicht kannst du noch darauf eingehen, warum das bei Bitcoin nicht möglich ist. Bitcoin ist ja, so wie ich das jetzt halb weiß, gibt es ein Maximum. Es gibt dann irgendeinen Punkt, wo es nicht mehr Bitcoin geben kann. In einem Satz, es ist einfach so konzipiert, dass es 21 Millionen gibt. Und von den 21 Millionen sind ungefähr 18 schon da. Genau genommen sind alle schon da. 18 Millionen. Ja, 18. Genau genommen sind alle schon da. Sie sind nur noch nicht freigeschaltet sozusagen, weil das Mining erschafft sie eigentlich nicht, sondern schaltet sie nur frei, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und das ist eben die Idee. Ich habe vorher erwähnt, dass sich eben Satoshi Nakamoto bei den Österreichern bedient hat und die haben eben auch gesagt, oder daher halt die Idee, dass du musst das knapp machen, damit die Leute auch ein Incentive haben, es zu nutzen, es zu halten, es zu meinen, damit du dem Ganzen einen Antrieb gibst. Jetzt der klassische Ökonom, der kentianische Ökonom, der Mainstream-Ökonom wird sagen, das ist ein völliger Wahnsinn, die Geldmenge muss wachsen. Werden wir sehen, ob das stimmt oder nicht. Bei Bitcoin wird sie nicht wachsen. Sie wächst schon, aber nur sehr langsam und bis ins Jahr 2140 ist es vorbei. Man kann auch, vielleicht gibt es dann immer noch den Euro und den Dollar und Bitcoin ist eben nur eine Art Goldersatz, das halt wertspeichert kann auch sein. Wir sind nur Journalisten. Wir dokumentieren nur den Weg. dorthin, genau. Aber es ist auf 21 Millionen beschränkt und es ist so gebaut, dass es praktisch unmöglich ist, dass sich das hier ändert. Theoretisch könnten schon, wenn genug Leute zusammenkommen im Netzwerk, könnte man das ändern, aber die Incentives sind halt so gesetzt, dass niemand was davon hätte, wer sollte, wir würden alle verlieren quasi. Was wird so den nächsten Wochen passieren auf unserem Podcast? Also was wir versuchen ist eben das alles, was wir jetzt ein bisschen beschrieben haben, aufzudröseln. Und zwar mit Hilfe von verschiedenen Formaten. Das wichtigste Format ist sicher, dass wir, wir werden einfach mit allen in der deutschsprachigen Bitcoin-Community reden, mit allen, die heute schon dabei sind und mit allen, die in Zukunft noch dazukommen. Weil das ist ja auch das Geile in der ganzen Geschichte ist, das ist so dynamisch, dass wirklich Leute auftauchen und nach drei Wochen irgendwie in allen Podcasts sitzen, weil auch dieses ins Rabbit Hole fallen. Wenn du mal auf einer Bitcoin-Konferenz bist, da könntest du jeden Einzelnen, die dort sind, könntest du auf die Bühne setzen und die hätten all was Interessantes zu sagen, weil dieser ganze Weg einfach so spannend ist. Und das ist einmal die Idee, dass wir wirklich die Gelegenheit nutzen, die uns auch die Technologien bieten, die uns der Podcast bietet, YouTube, Zoom etc., das Internet generell, zur Vernetzung einfach dabei zu helfen, auch die Community zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz einfach auch zusammen zu trommeln und zu schauen, wer hat was zu sagen, was sind welche Geschichten, was sind welche Viewpoints, auch zu streiten über verschiedene Dinge. Wir sind alle nicht einer Meinung bei vielen Dingen, so ist es nicht. Geld ist ja an sich apolitisch, kannst du für alles verwenden, für das, was du machst. Das hat nichts zu tun mit irgendwie Ideologie, auch die ökonomischen oder Cypherpunk-Hintergründe, die ich gerade erklärt habe, da geht es nicht darum, dass die irgendwelche Ideologien vertreten, sondern ich habe nur versucht zu erklären, warum es funktioniert, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und das ist die Idee, also wir machen einmal die Woche ein Interview und dann machen wir einmal die Woche beziehungsweise in unregelmäßigen Abständen, das werden wir noch ein bisschen sehen, machen wir so wie heute eine Extra-Folge, wo wir zwei uns unterhalten über Hintergründe, über Fragen aus der Community, was sind so die aktuellen Entwicklungen oder auch, dass wir mal noch einen anderen Special gleich dazu holen, das halte ich mir ganz offen, weil diese Geschichte Internet, Podcast, da muss man flexibel bleiben. Genau, wir bleiben so dynamisch, wie der Bitcoin ist. Wir bleiben so dynamisch, wie der Bitcoin ist. Und vielleicht, weil wir es jetzt so oft gesagt haben, das Rabbit Hole ist ja vielleicht ein bisschen, kann vielleicht negativ konnotiert sein, aber es geht ja darum, dass wir sind ja deswegen begeistert von Bitcoin, weil es gibt einfach extrem viel dazu zu lernen und umso tiefer man geht, umso mehr will man auch wissen. Und deswegen machen wir den Podcast und hoffen, dass wir da für Leute auch ein Anschluss sind oder ein Ort sind, wo man sich ein bisschen darüber informieren kann. Genau. Und wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen auf allen Kanälen. Wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten verschiedene Kanäle aufbauen, nicht eins nach dem anderen. Wir werden auf jeden Fall zu erreichen sein. Du bist zu erreichen unter Luca-etwas-bitcoin-bringt.com Exakt. Und ich bin zu erreichen unter Nico-etwas-bitcoin-bringt.com Und wir hoffen auf rege Teilhabe. Ja, immer gerne und du wirst sie dann hoffentlich professionell beantworten können. Ja, wenn nicht, dann werde ich es auch dazu sagen. Ich habe auch von vielen Dingen keine Ahnung. Aber dann finden wir vielleicht jemanden, der sich auskennt und diejenige oder denjenigen rufen wir dann einfach an. Das ist der Plan. Passt. Super. Danke Nico. Ich danke dir Luca. Schönen Tag. Ciao. 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 Ciao.